Und was ist unser Thema heute? Ich drücke hier nochmal drauf. Das ist genau das, was ich gerade angedeutet habe, die zukünftige Elektroinstallation. Wir haben hier so einen großen Pfeil, den wir sehen, und der zeigt jetzt nach hinten. Und das Erste, was ich machen möchte, ich möchte daran anknüpfen, was wir vor zwei Jahren genau an dieser Stelle schon gemeinsam erarbeitet haben. Ja, wir haben nämlich bereits ein Papier zukünftige Elektroinstallation entwickelt, innerhalb eines Arbeitskreises des ZVI. Das ist ja Zentralverband der deutschen Elektroindustrie. Und da machen wir explizit uns Gedanken, wie geht es weiter, wo wollen wir überhaupt hin? Und dieser Pfeil hier, der weist darauf hin, was wir 2022 schon vorgestellt haben. Wir haben damals ein Inhaltsverzeichnis erstellt mit diesen Themen. Und das ist jetzt das, was es heute auch downloadbar auf der Internetseite vom ZVI heute schon gibt. Für alle, die, die es interessiert, was wir hier hören, was wir hier sehen, bitteschön, das ist downloadbar auf der Internetseite des ZVI. Und natürlich haben wir heute nicht mehr 2022, sondern 2024. Wir sind natürlich auch auf der Leitenden Bildung hier vertreten, da hinten. Für alle, die es interessiert, die können uns natürlich auch dort besuchen. Gehen wir also den Schritt nach vorne. Das war dieses Inhaltsverzeichnis. Und das sind die Stellen, auf die ich jetzt explizit ein bisschen näher eingehen will. Ganz klar haben wir neue Kapitel eingefügt in das bestehende Dokument. Wir haben das große Glück, dass auch das Handwerk mich sehr dafür interessiert hat. Es gibt Landesinnungsverbände, die haben das komplett abgedruckt, um eben sich auch auf den neuesten Stand zu halten, was die Installation von morgen angeht. Ein paar kleine Fragen zur Motivation. Wir wissen alle, das Unabhängigkeitbestreben, im eigenen Haus den Strom zu produzieren und sich selber zu versorgen, das wächst. Oder auch meinetwegen nur eine Teilunabhängigkeit zu erreichen. Vielleicht schaffen wir es, dass die Stromversorgung, die Öffentlichkeit nur noch als Backup brauchen. Wir machen schöne Consumer-Anlagen auf unsere Dächer. Und natürlich ist das für jeden Hausbesitzer ein Grund, darüber nachzudenken, wie das gehen könnte. Wir brauchen natürlich Platz in Verteilung für zukunftssichere Funktionen in der Gebäudesystemtechnik. Im Kanalfall vielleicht brauchen wir ein Leerrohr mehr. Wir haben neue Funktionen, die wir einrichten wollen. Das ist alles ganz klar. In diesem ganzen Dokument gehen wir auf verschiedenste Dinge ein, auf die ich jetzt nicht mehr so tief einnehme. Wir wissen, der Klimawandel schreit voran. Wir haben nicht nur Dürren, wir haben nicht nur Regenwetter. Solche Dinge wie, wo installiere ich meine Verteilung, sind eine Frage. Und das ist alles beschrieben in unserem Dokument. Diese erweiterbare, zukunftsfähige Elektroinstallation gilt also nicht nur für den Neubau, sondern gilt natürlich auch im Bestand. Und was wir da tun können, dazu möchte ich kommen. Ein großes Thema heute sind die Anschlusseinrichtungen. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass wir, und da komme ich später nochmal drauf, vielleicht sogar einen digitalen Hausanschluss brauchen. Vielleicht brauchen wir einen zweiten Hausanschluss. Da komme ich auch noch drauf. Aber die große Frage ist, das haben Sie vielleicht alle schon mal gehört, gibt es schon DC? In Holland gibt es Versuche, ganze Häuser einen DC zu machen. Auch da will ich ein bisschen näher drauf eingehen. Und natürlich, das, was ich gerade schon mal gesagt habe, die Verteiler selber, die müssen wir in unserem Haus positionieren. Natürlich, wenn wir ans Ahrtal denken, ist es nicht gut, wenn wir unterhalb des 100-jährigen Hochwasserspiegels installieren. Vielleicht erreichen wir die Kellergeschosse nur durch Stichleitungen und können die einzeln abschalten. Ganz wichtig, auf jeder Etage einer Wohnung die eigenen Energie- und den eigenen Kommunikationsverteiler, sodass wir im Lastschwerpunkt unsere Verkabelung machen können. Und das hat natürlich den Vorteil, dass auch im Fehlerfall, da muss ich nicht vom Dachboden in den Keller rennen, um zu gucken, wo ist denn da mein EDI, der gefallen ist. Das lässt sich alles vermeiden, wenn man großzügig und sicher nach vorne schaut. Eine wesentliche Komponente, und ich mag dieses Bild wunderbar und ich weise auch explizit darauf hin, weil der Kollege hier sitzt, der das erstellt hat, ist natürlich, dass wir dem Zählerschrank, so haben wir es früher genannt, heute ist es für uns die Technikzentrale, den geeigneten Raum geben. Denn diese Funktionen, ich hätte gerne einen Feuter, die dort verwaltet werden, die nehmen zu, die nehmen immer weiter zu. Da ist nicht nur das sichere Zählen, sei es nun die Dreipunkttechnik, die es hier noch gibt, oder schon die digitale Variante als eher Techniktechnologie. Das sicher kommunizieren wird immer wichtiger. Wir müssen mit dem Grid kommunizieren. Wir haben jetzt, ist in aller Munde, den Artikel 14a, den hat uns gerade das EMWG neu auf den Weg gegeben. Wir müssen sicher kommunizieren mit dem Grid, sondern wir müssen auch kommunizieren mit dem Haus, völlig klar. Und wir wollen schützen, vom Haushaltshof angefangen über unseren SNS, über Überspannungsschutz, über den Personenschutz, über den Kurzschlussschutz und Überlastschutz. All das wird in der Technikzentrale bewältigt. Größe Sorgfalt ist hier wichtig, ganz klar, auch von thermischen Auswirkungen. Ich erwähne explizit den AfD-D. Danach geht es weiter in unsere Räume, in unsere Etagen. Sicher verteilen, völlig klar. Wir haben das Hauptstromsystem, Verteilsystem, Endstromkreise. Alle sind anders zu bewerten. Da muss man großen Wert drauf legen. Und natürlich die Kommunikation. Ich habe es schon genannt. Das ist nicht nur Türk-Kommunikation, nicht nur Netzwerktechnik. Das sind auch Gefahrenmeldeanlagen, die es heute natürlich zu bewerkstelligen gibt. Kommen wir mal dazu, wie wir anfangen. Wir brauchen natürlich, wenn wir einen neuen Bau vor uns haben, dann müssen wir uns ganz sorgfältig mittlerweile auch Gedanken machen, wo wir installieren. Wir sehen hier, das ist natürlich in einer Diemen beschrieben, die sogenannten Installationszonen, da kann ich nur ganz klar darauf hinweisen, bitte einhalten. Spätestens in der Küche ist das existenziell, denn da, wo die Schränke angebohrt werden sollen, logischerweise haben keine Kabel etwas zu machen. Und wenn man sich an die Installationszonen hält, gilt das. Wir haben natürlich auch auf dem Boden die Verlegung, bitte immer die Kabel schützen. Bevor der Essig reinkommt, brauchen wir ein Rohr, damit wir da tatsächlich auch unsere 3x15, 5x15 als NUM-Leitung nicht beschädigen in der Bauphase. Das müssen wir alles berücksichtigen und ganz klar, alles muss dokumentiert werden. Das wird immer wichtiger. Natürlich digital wäre es am besten oder beziehungsweise es geht ja kaum noch anders, sodass wir es übergeben können. Ganz kurz möchte ich hier auch hier nochmal die Erweiterbarkeit einer zukünftigen Elektroanlage ansprechen. Wenn wir denn zum Beispiel diese flexiblen Rohre vorsehen, dann können wir auch da nachträglich Leitungen anziehen. Das gilt nicht nur, und da ist es ja gefordert, für Kommunikationsleitungen, sondern ist auch ein erheblicher Vorteil für natürlich Energieleitungen. Und sinnvoll ist es praktisch, von jeder Technikzentrale, also der Zählerverteilung unten, oder dann in der Wohnung, in der Etage, in jedem Raum, noch einen Leitungsweg zu haben, den wir nachträglich nutzen können. Weil wir ja vorhersehbare Nutzungsänderungen einplanen wollen. Das Dumme sind ja die nicht vorhersehbaren Nutzungsänderungen. Und genau dann spielt das eine Rolle. So, es ist natürlich nicht nur immer im Kunst. Es gibt mittlerweile auch Lösungen auf Kunst. Wir sehen hier zum Beispiel einen Sockelleistenkanal. Da kann ich ohne aufzustemmen, schöne Leitungsverlegungen auch innerhalb des Raumes, im Bestand zum Beispiel, mit Energie, mit Datenleitung zu machen. Und was immer wichtiger wird, sind auch Kommunikationsleitungen. Die haben wir hier angesprochen, für netzwerkfähige Geräte, die eine Spannungsversorgung benötigen. Zum Beispiel PoE. Hier ist absolut erforderlich, dass wir, wie gesagt, die notwendigen Installationsrohre schon haben, dass wir auch die Elektronikdosen dazu einsetzen. Und die Gehäuse so einplanen, dass wir das natürlich auch nachträglich, sei es nun die Kamera nach außen oder Ähnliches. Oder die Überwachung eben im vorigen Vortrag war hier jemand, der hatte seine wettlägerige Mutter im Schlafzimmer und wollte wissen, wie er denn eine Anbindung machen kann. Damals war die Antwort über ein Smart-Mieter-Gebiet. Da halte ich jetzt ein bisschen für zu hoch geschossen. Aber zum Beispiel eine Überwachungsanlage auf Netzwerktechnik. Wenn ich das denn vorsehe, ist das natürlich jederzeit möglich. Dann kommen wir nochmal zu den vorhersehbaren Nutzungsänderungen. Wir wissen alle, dass es natürlich, nehmen wir mal das, im Architektengrund, Riss sind immer Schlafräume eingezeichnet. Eins davon ist immer das Kinderzimmer. Wenn der Kleine so groß ist, dann brauchen wir so irgendwie gar keine Steckdosen, vielleicht die Beleuchtung für das Nachtlicht, das Schlaflicht. Aber wenn man dann größer wird, der 16-Jährige, und ich kenne das von meinen eigenen Kinder, als sie in dem Alter waren, die brauchen die Handyladegeräte und ich weiß nicht was alles. Oder später, und dann kommt es wirklich darauf hinzu, ist es der neue Platz zum mobilen Arbeiten, das heutige Homeoffice geworden. Ja, spätestens dann brauche ich vielleicht sogar den Brüstungskanal oder Ähnliches. Und das muss ich halt im Kopf haben, wenn ich eine zukunftsfähige Installation mir vorstelle, dass der Lifecycle eines Gebäudes, der fängt nicht nur an, wenn ich baue und den Mieter einziehen lasse und den Eigentümer einziehen lasse, sondern er geht wirklich über die gesamte Lifespange. Ich würde jetzt mal sagen, mindestens 35 Jahre, vielleicht auch länger. Wir haben typische Zeiten von Häusern, nach 35 Jahren gibt es oft Eigentümerwechsel, man wird manchmal auch grundsaniert. Das sind natürlich Angriffspunkte, wo man wieder neu einleiten kann. So, die elektrische Energieversorgung müssen wir auch aus einem anderen Punkt nochmal ganz genau ansehen. Okay, das haben Sie alle schon mal gehört, der sogenannte Sektorenkopplung. Wir haben uns vorgenommen, die Energiewende zu gestalten und warum nicht wir als erstes mitarbeiten. Wir machen auf der einen Seite die Wärme elektrisch. Gut, wir hatten früher Nachtspeicherheizung. Die Sektorenkopplung sagt auch, dass wir auch unsere Mobilität elektrisch machen. Ja, das heißt, alles an Energie, was wir brauchen, wird elektrisch. Und da können wir nicht einfach so mit unserer Installation, die wir wirklich vor 15, 20, 30 Jahren installiert haben, weitermachen. Das Interessante ist, dass diese Verbrauchstellen auch nach der Installation erst kommen. Heute ist es ganz modern, den Batteriespeicher oder einen Ladepunkt zu installieren. Und auf sowas kann man mit seinen Kunden natürlich vorher die Sache mal durchsprechen und sagen, okay, meine Technikzentrale baue ich entsprechend aus. Ich sehe das schon und ich baue das so, dass wir es nachher, zum Beispiel durch das Leror, vielleicht durch die Vorverkabelung realisieren können. Wenn wir heute eine Garage bauen, der heute ein Carport baut und keinen Anschluss für die Ladeinfrastruktur hinlegt, der muss dann doch den Meißel wieder rausholen. Also das kann ich nicht unterstützen. Ganz unten ist hier, das habe ich eben schon mal gesagt, vielleicht brauchen wir auch den intelligenten Hausanschluss, dass wir Daten und Leistung zusammen einführen können in unsere Anschlussanrichtung. Eine Sache ist uns auch ganz klar geworden, auch wenn wir grundsätzlich von Digitalisierung sprechen, die Hausinstallation, die sichtbare Hausinstallation, die wollen wir auf keinen Fall anfassen in dem Sinne, dass sie verschwindet. Es wird immer noch einen haktisch erfahrbaren Schalter geben. Natürlich wird es Steckdosen geben. Das soll auch so bleiben. Wir haben in der DIN 1815 auch zum Beispiel für Schlafplätze vorgesehen, einen Schalter pro Bettstelle und zwei Steckdosen, damit man den Wecker und die Nachttischleuchte und sowas machen kann. Wogegen wir überhaupt nichts haben, ist natürlich die Erweiterbarkeit. Und dann kommt ein bisschen die Gebäudesystemtechnik, wie auch immer man das dann realisieren will. Wir können natürlich Zentralfunktionen über Tabs, Apps, Sprachassistenten vorsehen. Das geht am besten mit Gebäudesystemtechnik. Wenn ich dann so etwas mache, erweitere ich logischerweise hier die Komfortfunktion, was ich immer im Kopf haben sollte, einfach aus Gründen, der Bedienbarkeit, wäre dann an zugänglicher Stelle auch eine zentrale Diagnose-Schnittstelle vorzusehen, an dem ich als hier auch mal von außen mein Installateur eingleifen lassen kann, damit, wenn irgendwo eine Fehlfunktion auftritt oder ich möchte was geändert haben, auch die Bedienmöglichkeit gegeben ist. So, jetzt kommen wir zu etwas ganz anderem. Der eine oder andere mag das schon gehört haben. Wir haben in der 1815 die Regelung. Ich möchte jetzt nicht eingehen, warum das so ist, dass es so ist, das werden Sie gehört haben. Hinter einem normalen 2-poligen EFI setzen wir noch zwei Stromkreise mit 16 Ampere. Hinter einem 4-poligen EFI setzen wir sechs Stromkreise A16 Ampere. Das beschreibt die DIN 1815. Und natürlich gibt es das, wie Sie hier zu sehen, von verschiedenen Herstellern. Ich kann nur sagen, setzen Sie meinetwegen pro Raum. Wir haben ja die Verpflichtung heute, Steckdruckstumkreise über EFI-Schutz zu regeln. Und die Beleuchtung mittlerweile, Sie kennen das mittlerweile, sind die Leuchtmittel nicht mehr austauschbar. Das heißt, der Endverbraucher montiert seine eigene Leuchte selber an der Wand. Deshalb gibt es auch hier den EFI-Schutz. Mein Vorschlag wäre an dieser Stelle, setzen Sie für jeden Raum ein FILS. Damit erhöhen Sie natürlich die Verfügbarkeit. Weil wenn ich den Fehlerstrom in einem Raum habe, dann fällt auch nur der Raum aus. Bei gleichzeitiger Erhöhung des Schutzniveaus. Das ist eine Installationsgewohnheit. Die kann sich wirklich sehr einfach durchsetzen. Und Sie haben wirklich für Ihren Kunden mitgedacht. Die zweite Sache, die ich hier anführen will, ist die Problematik der Dauerströme. Und wir haben heute schon gehört, dass wir mit unseren Lasten, die zusätzlich kommen, Ladeinfrastruktur, Wärmepunkten, Strom, PV, all das geht in unsere Installation. Und da müssen wir vor allem, ich sage auf keinen Fall, die Elektroinstallation kann das nicht. Sondern wir als Fachleute müssen hingehen mit unserem geschulten Blick und müssen entscheiden, an welcher Stelle muss ich ertüchtigen. Meine elektrische Anlage, die ich vorfinde, muss ich ertüchtigen. Es geht nicht nur wie früher, der Gleichzeitigkeitsfaktor, der wirklich auf unterem Level war. Wir wissen das alle. Heute haben wir durch die Dauerströme ganz andere Faktoren. Gerade zum Beispiel bei Ladeinfrastruktur oder bei der PV-Einstrahlung habe ich wirklich innerhalb meiner eigenen Anlage diese hohen Dauerströme. Und da muss ich natürlich darauf achten, dass ich das berücksichtige in meiner Planung. Unsere Lösung heißt natürlich hier Energiemanagement. Und das ist natürlich neu hier auch zur Messe. Das können Sie sich an allen Ständen, die sich damit befassen, auch informieren lassen. Der Paragraf 14a, die Steuerbarkeit... Du guckst mich so an, wie viel Zeit habe ich nur. Alles gut. Die Steuerbarkeit von Lasten ist natürlich jetzt geregelt. Das heißt, alle Lasten, die jenseits von 4,2 Kilowatt sind, sind grundsätzlich mal steuerbar auszuführen. Das heißt, ich muss eine Kommunikationsleistung zur Last machen. Schön wäre es, das ist unsere Zukunftsvision, dass die Lasten dimmen kann, dass ich meinen Ladenstrom runterziehen kann. Noch lachen Sie. Aber tatsächlich gibt es heute Wallboxen zum Beispiel. Wir können von 3-Phasen Einspruch runter auf 1-Phasen gehen. Ja, gibt es. Ich lade Sie sofort ein, auf unseren Stand zu kommen. Das ist das Erste. Aber nicht nur meinen Stand. Ich muss dafür den ZVI sprechen. Das ist eine Steilvorlage. Dankeschön dafür. Das Zweite ist aber, das Thema meines Volkes, zukünftige Elektroinstallationen. Dass wir heute noch nicht so weit sind, gebe ich Ihnen gerne zu. Und all die installierten Lade-Wallboxen, die wir haben, Infrastruktur, ist meistens, vor allen Dingen dann, wenn sie nicht über den Fachhandel gekauft sind, sondern irgendein Discounter-Lad, maximal abschaltbar. Das ist mir auch klar. Das heißt aber nicht, dass das so bleibt. Denn wir brauchen die Leitplanke. Das ist 14a. Und innerhalb der Leitplanke werden wir uns bewegen. Und das ist der Sinn. Denn ich möchte nicht, und ich möchte nicht, ich weiß diejenigen, wer fährt ein E-Auto, wer hat Erfahrung mit E-Autos, da sind schon einige, wenn ich den Ladevorgang hart abgeschaltet habe, startet er von selbst? Nee. Genau, das ist das Problem. Deshalb runter mit der Leistung und dann wieder hochfahren. Das wäre so das Ziel. Ich möchte hier, ich sehe den Herrn Langes da hinten, der diskutierte mit meinem Kollegen. Der hat explizit über das Energiemanagement einen eigenen Vortrag. Hier sehen Sie mal, wie komplex Energiemanagement in einem Raum sein kann. Das ist mein Raum. Und das sind die ganzen Größen, die darauf einwirken. Und da gibt es eine eigene Arbeitsgruppe im ZVE. Der Herr Langes, wie gesagt, moderiert den nachher. Da können Sie sich auch nochmal sehr gerne informieren, auf den Stand bringen lassen, was alles zum Energiemanagement dazugehört. Meine Sachen sind jetzt hier, ich möchte noch auf wenige einzelne Punkte eingehen. Eine Minute? Ach Gott. Jesus, nee. Ha, Jungen, so schnell schaffen wir das nicht. Ganz wichtig, stellvertretend mal das Geig. Und achten Sie auf diese Zahlen hier. Mehr möchte ich gar nicht sagen, denn das neue EPBD, die sich aktuell, wir rechnen im März mit der Abstimmung und der Kommission und im April mit der Veröffentlichung, dann haben wir genau zwei Jahre, nationales umzusetzen. Sie sehen, dass die Zahl der Stellplätze sich verringert hat. Und dann sind auch nicht Wohngebäude im Bestand und öffentliche Gebäude im Bestand dazugekommen. Da gibt es ein großes Aufgabenfeld, mit dem wir da tatsächlich dann auch tätig werden können. Und da gibt es eben die Unterschiede, es gibt nur verrohrt oder eben vorverkabelt. Und alle unter uns, ich meine, ich gehe mal davon aus, wir sitzen nur Fachleute. Ich kann ja nicht meinen Ring aufgerollt in der Erde liegen lassen. Da brauche ich immer irgendwo, wo es eingeführt wird, beziehungsweise wo es hergekommen ist. An der Decke hängen im Keller ist auch keine Lösung. Ich muss meinen Vorteil ein bisschen abkürzen anscheinend. Ich möchte noch ganz kurz auf die Ladeinfrastruktur hin kommen. Hier ist ein Beispiel mit einer sogenannten flexiblen Stromschiene. Das ist vor allen Dingen für zum Beispiel Tiefgaragen von mehrfamilien Häuser wunderbar geeignet, mit dieser flexiblen Strom und sogenannten Piercing-Kontakten. Vielleicht kennt der eine oder andere, früher hieß das mal Energiebus, da konnte man diese Piercing-Kontakte aufschrauben und dann ging man runter. Natürlich müssen diese Gerätschaften dann den Raum, wir kennen alle die 0100 722 für die Ladeinfrastruktur, die Schalt- und Schutzgeräte einbauen. Wenn ich denn etwas größere Anlagen habe, dann kann ich, so wie hier zu sehen, eine Stromschiene installieren und auf der Stromschiene sitzen Abgangskästen, natürlich Platz für Schalt- und Schutzgeräte nach Norm und ich habe natürlich eine wesentlich größere Stromtragfähigkeit zur Verfügung, die dann meine Wallbox hier einschaltet. Das Interessante ist, ich kann es auch nachträglich bestimmen, das gilt aber auch für die erste Lösung. Und hier halte ich die Garage-Forderung ein, ich kann Brandschutz kreuzen, also von einem Brandschutz in den nächsten, wollte ich sagen. Wir haben aber nicht nur, und das ist dann nicht nur für 0, für 20, sondern auch für 40 Möglichkeiten geeignet. Oder hier, jetzt kommen wir noch auf den Parkplatz, wir haben eine Energiesäule, da sind bis zu vier, hier hätte ich zum Beispiel die Verkabelung unterirdisch möglich und diese unterirdische bedarf natürlich Tiefbauarbeiten und versorgt dann diesen Punkt. Oder wie auf der anderen Seite zu sehen, es gibt auch ohne Tiefbauarbeiten einen sogenannten Betonkanal, auf dem ich meine Ladeinfrastruktur installiere und dann kann ich natürlich noch mit einem Strom im freien Verteiler mein Energiemanagement passend dazu aufbauen. Jetzt weiß ich gar nicht genau, darf ich noch ein bisschen überziehen und dann darf ich nichts, sonst muss ich da doch deutlich abkürzen. Also was ich noch zu sagen hätte, dauert ein Jahr, hätte mein Netz gerade zu bestehen. Ich möchte noch auf zwei Dinge eingehen, die sind mir wichtig. Das ist natürlich ganz wichtig für uns, die Erdungsanlage. Wir wissen, dass wir die 18014 haben, die ist gerade neu rausgekommen und wir wollen natürlich die Dauerhaftigkeit der Erdungsanlage sicherstellen. Durch die sich verändernden Bauten in der Fundamentierung, im Fundament haben wir nicht immer diese leitenden Schichten zur Erde. Das heißt, der Potenzialausgleich oben drüber und die Fundament Erde haben nicht immer Kontakt. Das macht die Sache etwas aufwendiger. Für uns ist gleichzeitig wichtig, einen sogenannten Niederimpedanten Potenzialausgleich hinzukriegen. Das schaffen wir nur mit Anschlusspunkten direkt aus unserem Potenzialausgleichssystem an die verschiedenen Stellen, wo es hingehört. Sei es zum Beispiel der Speicher, sei es die Inlane-Infrastruktur oder sei es ganz normal bei unseren Hausanschlusspunkten. So viel Zeit muss es sein. Ich gehe mal gerade mit dem Potenzialausgleich zurück. Und das Letzte, was ich noch erwähnen will, natürlich ist gar nicht das Letzte, aber ich erwähne es hier, das ist ja unser Blitzschutz. Mit unserer Digitalisierung nehmen wir elektronischen Geräte zu. Ist das E-Auto ein elektronisches Gerät? Ich weiß es nicht. Aber natürlich schützen wir es und wir haben hier immer diese magischen 10 Meter. Immer dann muss ich darüber nachdenken, ob meine Staffelung, meines Überspannungsschutzes nochmal überdacht werden muss, ob ich einen neuen Überspannungsbau brauche. Und das Bild, das finde ich so herrlich. Diese Technikzentrale, alles Wunderbar ist was klein, die Anschlusspunkte sind da. Da möchte ich mich dann doch, hier, da gehe ich dann einfach mal drüber. Der monolare Bau muss dann ein eigenes Thema werden. Hätte ich Ihnen jetzt noch gerne was zu erzählt. Das sind Dinge, die uns auch verfolgen. Das sind die Firmen, die hier mitgearbeitet haben. Mitarbeiter von diesen Firmen sind alle ansprechbar und die können Sie alle nach Fragen zu diesem Vortrag. Und Frau Sandra Kedli, das ist unsere Referentin vom ZVI, die ist unsere Chefin da, die ist ansprechbar. Laden Sie sich das Dokument da runter. Ich sage herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich stehe natürlich für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.